Mein Name ist Michael Rüttger und ich möchte Sie mit diesem Videotraining in die Lage versetzen, dass Sie aus Ihren Videorohdaten einen ansprechenden und interessanten Videofilm selbst erstellen können. Dabei lege ich Wert auf ein durchgängiges Projekt mit semiprofessionellem Anspruch. Möchten Sie beispielsweise einen einfachen Imagefilm von Ihrem Unternehmen drehen oder ein privates Hochzeitsvideo als Geschenk produzieren? Eventuell, wie ich in meinem Beispiel, eine Reisedokumentation über schottische Highland Games veröffentlichen? Dann finden Sie mit diesem Videotraining den richtigen Einstieg und ein vollständiges Projekt von der Organisation über die Bearbeitung bis hin zur Veröffentlichung. Ich bespreche nicht alle Funktionen von Premiere Elements, sondern habe mir die Frage gestellt, was für Aufgaben relevant sein können, wenn das erste Mal mit Premiere Elements auf schnellem Wege ein Videoprojekt fertiggestellt werden soll. Die Antwort dazu ist die beschriebene Vorgehensweise in meinem Videotraining. So erfahren Sie beispielsweise, wie der Organizer für die Verwaltung Ihrer Mediendaten eingesetzt werden kann, Videoclips in den Editor importiert werden und wie man schließlich vom Rohschnitt mit In- und Out-Text zum Feinschnitt im Schnittfenster gelangt. Stimmen Sie Ihre Clips aufeinander ab, fügen Sie Hintergrundmusik ein und mischen Sie Sound passend zu Ihren Inhalten und lernen Sie, wie mit verschiedenen Effekten und der Nutzung des Expertenmodus ein gelungenes Videoprojekt fertiggestellt werden kann. Ich betreibe seit 1993 eine Full-Service-Werbe- und Internetagentur, bin freier Trainer bei mehreren Bildungsträgern, arbeite als Freelancer bei Adobe Systems und ab und an auch als Fachbuchautor. Meine Schwerpunkte in der Filmherstellung liegen bei Motorraddokumentationen und Werbe- beziehungsweise Imagefilmen für Unternehmen. Bei der Erstellung der Lernvideos habe ich sehr viel Wert darauf gelegt, sie nicht mit der gesamten Funktionsvielfalt von Premiere Elements zu erschlagen oder Ihnen beispielsweise alle Assistenten zu demonstrieren, sondern vielmehr eine mögliche Herangehensweise zur Durchführung eines kompletten Filmprojektes aufzugreifen und Ihnen anhand von Premiere Elements näher zu bringen. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei dieser Arbeit und natürlich sehr viel Spaß mit diesem Videotraining zu Premiere Elements 13.